Salut, ich bin's Lili Marie und ab jetzt gibt es eine neue Videoreihe. Ihr wisst ja alle, mein Traumberuf ist, Sängerin zu werden. Und deswegen habe ich oft darüber nachgedacht, wie dieser Weg aussehen kann. Und ich werde Künstler interviewen, sie euch vorstellen und natürlich auch ihre Musik. Sie fragen, wie ihr Weg aussieht oder wie ihr Weg aussehen soll. Und ja, ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg und lernt genauso viel wie ich. Und ja, be ready. Lili will's wissen. Yeah.